Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu Teil 3 meiner kleinen Videoreihe Problemlösen mit der Binomialverteilung. Worum geht es? Bei diesen Textaufgaben gibt es zum einen die Parameter klein n, klein p und klein k und eine Wahrscheinlichkeit groß p. Und bei den Aufgaben sind immer drei dieser Werte gegeben. Der vierte Wert ist gesucht. In Teil 1 war das große p, also die Wahrscheinlichkeit gesucht. In Teil 2 war n gesucht, das kleine n, die Anzahl der Würfe, es ging um einen Basketballer. Und auch heute wird es um eine Basketballerin gehen. Eine Basketballspielerin soll bei 10 Würfen mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 95% mindestens zweimal treffen. Wie hoch muss ihre Trefferwahrscheinlichkeit mindestens sein? Was können wir uns hier vorstellen? Diese Spielerin hat jetzt 10 Würfe und wir wollen zu 95% sicher sein, dass sie es schafft zweimal zu treffen. Sie macht 10 Würfe, wir wollen, dass sie zweimal trifft und wir wollen zu 95% sicher sein, dass sie das schafft. Wie gut muss sie dafür sein? Wie hoch muss ihre Trefferwahrscheinlichkeit mindestens sein? Also was ist gesucht dieses Mal? Gesucht ist das kleine p, ihre Trefferwahrscheinlichkeit. Gegeben ist zum einen die Anzahl der Würfe, n gleich 10 Würfe, die sie hat. Dann diese Wahrscheinlichkeit von 95% oder größer gleich 95%, also größer gleich 0,95, das heißt ja mindestens 95%. Und was soll passieren zu mindestens 95%? Sie soll mindestens zweimal treffen. Das heißt, Groß X, was ihre Treffer zählt, soll größer gleich 2 sein, ja, mindestens zweimal treffen. Sobald wir das große X schreiben, müssen wir auch schauen, haben wir das überhaupt definiert? Groß X zählt die Treffer. So, wir wollen also diese Wahrscheinlichkeit auf über 95% bringen, indem wir dieses kleine p richtig einstellen, könnte man sagen. Und wie machen wir das Ganze? Wir können im Taschenrechner immer nur diese kleiner Gleichwahrscheinlichkeiten benutzen, deswegen formen wir das um. p von Groß X größer gleich 2 können wir schreiben als 1 minus Groß P von Groß X kleiner gleich 1. Wenn du bei diesen Umformungen noch Probleme hast, schau dir nochmal die Videos zu den kumulierten Wahrscheinlichkeiten an. Dort wird das ausführlich erklärt. So, den Rest schreiben wir ab. 1 minus irgendwas soll Größe gleich 0,95 sein. Und da sage ich dir wieder, stell dir diesen 1 Meter langen Streifen vor. Du schneidest was ab, ja, 1 minus irgendwas und der Rest soll immer noch Größe gleich 0,95 sein. Also, wie viel darfst du hier höchstens abschneiden? Ja, höchstens die 5 Zentimeter, ja, wenn wir in Metern rechnen. Also muss das, was wir abschneiden, kleiner gleich 0,05 sein. Und das können wir jetzt in den Taschenrechner eintippen. Wir sehen also unser n gleich 10, was wir in den Taschenrechner eintippen. Unser k ist die 1 hier, was wir eintippen. Und das kleine p, das wissen wir noch nicht, aber das raten wir. Wir können ja mal anfangen mit einer Trefferquote von 0,5, also 50% und schauen, ob dann mit n gleich 10 und k gleich 1 ein Wert kleiner gleich 0,05 rauskommt. Berechnen lässt du dir das wie immer, wenn es kleiner gleich ist mit Binomial cdf. Und du probierst eben jetzt verschiedene p's aus, bis dein Ergebnis kleiner gleich 0,5 ist. Versuchst du die Grenze rauszufinden, wo es gerade noch funktioniert. Und wenn du das ein paar Mal probiert hast, dann kommst du auf das Ergebnis. Also die Methode ist hier auch ausprobieren mit dem Taschenrechner. Und du kannst ja das Video kurz stoppen, es selbst mal probieren, ob du hier auf das richtige kleine p kommst. Und jetzt werde ich es dir verraten, es ist hier ungefähr 0,4, also bei 40% Trefferquote ist die Chance, dass sie bei 10 Würfen mindestens zweimal trifft, schon über 95%. Ja, wir brauchen also für diese Aufgabe eine Spielerin, die eine Trefferquote von mindestens 40% hat. Und dann wird sie diese Aufgabe mit den 2 Treffern bei 10 Würfen auch wahrscheinlich schaffen. Mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 95%. Es fehlt noch Variante 4, die kommt bald. Wäre cool, wenn du den Kanal abonnierst, das hilft mir, kostet dich nichts. Vielen Dank dafür, wir sehen uns, bis bald, ciao.